Wir sind wieder live und diesmal on time. Diesmal habe ich es mitbekommen, dass wir live sind. Hier sind wir mit der zweiten Pan mit Soulbound. Wie geht es euch Jungs? Großartig. Mega gut hören wir auch. Leider nur mit einer Armwärmung. Wir sind heiß, wird hier gesagt. Ich habe euer Soundcheck mitbekommen, habe richtig Lust bekommen. Ihr habt schon richtig die Atmosphäre in die Hütte gebracht, sage ich mal so, auch ohne Zuschauer. Aber das ging richtig ordentlich ab. Wo kommt ihr eigentlich her? Ursprünglich kommen wir aus Bielefeld, aber mittlerweile haben wir uns die Wege auch ein bisschen zerschlagen. Du wohnst jetzt in Bayern. In Berlin haben wir dabei, mich als zugezogenen Bayern. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen verteilter, aber der Base der Band ist immer noch Bielefeld. Und wie ist das? Wart ihr schon mal in Lübeck bzw. im Riders Café? Weder noch tatsächlich. Wir waren jetzt vorgestern in Rostock, was ja nun nicht allzu weit entfernt ist. Aber Lübeck selber haben wir noch nicht bespielt und das Riders Café folglich auch noch nicht. Ja, wie ist denn der erste Eindruck? Also ich muss mal dazu sagen, wir hätten eigentlich hier spielen sollen, nämlich mit Merzfeld zusammen. Vor zwei Jahren glaube ich, zweieinhalb Jahren. Ja, aber dann kam halt die ganze Corona-Geschichte und dann wurde das verschoben und dann wurde es abgesagt. Aber das ist eine geile Location. Also erstmal, ich meine, ich feiere immer noch unseren Merzstand, den wir da hinten aufgebaut haben. Der sieht nämlich sehr, sehr, sehr weihnachtlich jetzt aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben da so Ketten drüber und so, aber trotzdem, man kann alles schön erkennen. Macht jetzt ein bisschen der Bühne Konkurrenz. Ihr habt da auch echt viel aufgebaut. Über wem läuft das in Planung? Weil, als ich reinkam, habe ich schon davor angesprochen, da sind ja überviele Lichter und Rauch und ähnliches. Was habt ihr denn so vor heute? Was meinst du? Den Laden zerlegen. Den Laden zerlegen. Du meinst, was wir auf der Bühne vorhaben? Ja, ja. Wie ist der heutige Gameplan? Wie man so schön sagt. Wir sind ja im Grunde genommen so in unserem Turn gerade drin. Wir hatten gerade eine Tour mit Hellboulevard, jetzt die Tour mit Heldmaschine. Und eigentlich sind wir die ganze Zeit in unserem Turn und ziehen unser Programm durch und versuchen natürlich immer ein bisschen mit dem Publikum auch zu interagieren und die so ein bisschen herauszulocken. Wir haben mitgekriegt, Ostfriesland ist ein bisschen schwierig manchmal, was das angeht. So was die Mentalität angeht. Aber wir versuchen unser Bestes und wenn die Leute Bock haben, dann machen sie mit. Das klingt doch gut. Ihr macht hauptsächlich Tracks auf Englisch, ne? Nur auf Englisch, ja. Es gibt einen Song, den habe ich gehört. Du bist informiert, das gibt's ja nicht. Ja natürlich, muss ich ja, ist ja mein Job. Ja genau, es gibt einen deutschen Song. Ja. Wie kommt's? Also es gibt, wir kommen nochmal hierhin mit Habje zusammen. Und dieser Track ist nämlich eigentlich ursprünglich von Habje. Und wir kennen uns schon seit über 10 Jahren. Also Andi ist einer meiner besten Freunde, also der Sänger. Und wir machen immer wieder so Kooperationen. Die haben auch mal einen Track von uns gecovert. Wir haben mittlerweile auch schon ein paar Tracks von denen gecovert. So wir sind in den Musikvideos öfter mal zu sehen. Unser Patrick, der nicht da ist, der die Sintis macht, der in Berlin wohnt. Der macht die Musikvideos von Habje. Und somit kam es dann auch zu diesem Song. Und da dachten wir, weil wir das öfter nochmal gehört haben, dass wir doch mal das Ganze auf Deutsch versuchen sollten, was wir machen. Dass wir das einfach mal auch versuchen auf Deutsch. Und haben das versucht und haben es wieder sein gelassen. Echt? Also ich wollte noch fragen, wie viel hat sich das angefühlt? Und warum ist das eher nicht so euer Ding? Was ist so ansprechend dann im Englischen für euch? Also das ist so witzig, dass das jetzt zur Sprache kommt. Weil wir hatten nämlich gestern auch so eine Publikumsrückmeldung, wo jemand ankam und zu uns meinte, macht das doch mal! Rückmeldung! Also sie war betrunken, aber sie war auch nett. Und meinte dann zu uns irgendwie, ey, das ist schon ziemlich geil, was ihr macht. Wenn ihr das, was ihr jetzt macht, nochmal Deutsch macht, dann ist es viel geiler. Und dann wird er vielleicht auch berühmter. Okay. Das war so eine Rückmeldung. Und ich sage so, nee, also erstmal, ich als Sänger fühle mich super wohl mit den englischen Texten, weil es mir nochmal so eine Distanz reinbaut zu den Texten, die wir dann ursprünglich uns ja mal ausgedacht haben. Sodass ich die Themen, die auch sehr, sehr persönlich sind, nicht immer die ganze Zeit vor Augen habe. Okay. So, das ist der eine Grund. Das andere ist, ich finde es, ich mag es einfach auch mit der englischen Sprache zu spielen. Also lautmalerisch. Weil es einfach nochmal eine Sprache ist, die vom lautmalerischen einiges mehr zulässt als das deutsche. Und ich finde dann doch das deutsche manchmal sehr hart, auch wenn es eine schöne Sprache ist. Aber gerade im englischen fühle ich mich einfach gesanglich, textlich um einiges wohler. Und ich fühle mich sehr, sehr schnell wie so ein böse Onkelsänger, wenn ich auf Deutsch singe. Okay. Das ist ein interessanter Vergleich. Aber ja, wie du meinst. Ich fand es eigentlich ganz cool. Es ist schön, wenn das anderen Leuten gefällt. Scheinbar, wenn der eine Fanin kam, wie man das sagt, das auch meinte. Wie gesagt, also sollte man sich nicht vorschauen, aber musst du wissen, womit du am besten arbeiten kannst. Ja, wir wollen auf jeden Fall einen Track machen, der da heißt, mach das doch mal in Deutsch, dann wärt der vielleicht berühmter. Und der ist aber dann auch auf Englisch, nur der Titel ist da. Genau, nur diese eine Zeile. Vielleicht holen wir René irgendwie als Gastsänger dazu oder so. Ja, freut mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf eure Show. Mir hat das Soundcheck schon gefallen. Dankeschön. Gibt es etwas, was ihr noch den Leuten da draußen sagen möchtet? Ey, das ist schön, dass ihr zuguckt, ne? Und kommt hier hin. Wenn ihr nicht hierher kommen könnt, dann bleibt auf jeden Fall hier im Kanal. Schön abonnieren. Ihr seid auf Twitch, ne? Richtig? Genau. Und ihr seid auch auf Twitch. Wir sind auch auf Twitch. Darum, ihr könnt das mal auschecken, nämlich unter Music Soulbound. Wir streamen super gerne für euch. Wir sind da mindestens einmal in der Woche für euch und quatschen mit euch und bauen Lego oder Mario macht gerne das Testlabor, wo er demnächst mal den schärfsten Chip der Welt probieren wird. Boah, geil. Interessant. Ja. Und unterstützt hier diese schöne Location. Das ist wirklich ein geiler Ort. Okay, wunderbar. Kommt vorbei. Um 19 Uhr ist Einlass und wir freuen uns auf euch. Folge dem Riders Café auf Twitch, Instagram und allen weiteren Social Media Kanälen, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.